Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich möchte mit euch ja den einen Minecraft Creeper Flush jetzt auspacken. Und ja, so sieht's aus. Ich hab's von Ebay gekauft. Für 11,49. Ist auch nicht klapp, klapp, klapp. Ja, öffnen wir mal den Karton, das Paket. Öffnen wir jetzt mal. Ja, und schon ist es offen. Hier drin seht ihr schon die Flush-Figur. Die werden wir gleich besser sehen. Dazu muss ich mal die Flush-Figur jetzt hier auspacken. Ja, so sieht's aus. Ja, so ist sie. So ist es von hinten. Sie kann ja stehen. Aber man kann es auch besser so tun. Ein bisschen das Gesicht, ein bisschen so drücken. Und schon steht die Figur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja. 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 Mehr gibt's glaub ich dazu nicht zu sagen. Weil... Ja, das ist so die Flush-Figur. Ja. Ich weiß, die Beine, manche denken, dass hier die Beine so mit diesem kleinen Muster, diese Beine so hier Fallschirm sind, weil es hier keine gibt und es gibt sie hier. Vielleicht denken manche, dass es Fallschirm ist. Hier so. Dann so. Aber leider ist es nicht Fallschirm. Ja. Es ist einfach so beim Creeper. Also. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn's... Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.